Mein Name ist Fabio Obrecht, ich mache in der IMS Chemie meine Ausbildung als Logistiker, Fachrichtiglager und bin im zweiten Lehrjahr. Mein Name ist Zerl Zinsli, ich bin auch im zweiten Lehrjahr und mache die Ausbildung als Logistiker, Fachrichtigverkehr. Die Lehre eines Logistiker EFZ, Fachrichtiglager und Verkehr dauert drei Jahre. Der Logistiker Fachrichtiglager ist für die Güterannahme und die Güterlagerung zuständig. Somit ist der Logistiker ein wichtiger Bestandteil der IMS Chemie. Er ist verantwortlich, dass die Kunden ihre bestellten Güter rechtzeitig und unbeschädigt erhalten. Ich habe mich für eine Berufslehre in der IMS Chemie entschieden, weil es der grösste Lehrbetrieb im Kanton Graubünden ist und weil ich schon vor meiner Lehre viele Sachen über IMS gehört habe. Ich habe mich hier für die Lehre in der IMS entschieden, weil ich es als eine seriöse und kompetente Firma empfunden und ich habe das Gefühl bekommen, dass man sich darum kümmert. Produkte, die nicht direkt an die Kunden verschickt werden, werden für uns eingepackt und in einer für unseren Dreh Hochregallager auf dem Werkland eingelagert. Ein Logistiker hat aber auch Kundenkontakt. Zum Beispiel bei der Arbeit in dem Materialmagazin der IMS Chemie AG. Dort muss er die IMS Mitarbeiter fachgerecht beraten und bedienen. Der Logistiker erlernt in seiner Ausbildung das Bedienen eines Gabelstaplers. Schlussendlich wird er auch beim Güterverlad eingesetzt. Was ist das für die Lehre? Am besten an meiner Lehre finde ich abwechslungsreiche Arbeit und dass ich immer wieder an verschiedenen Orten arbeiten kann. Ich kann eigentlich nur dasselbe sagen. Er ist abwechslungsreich und sind überall tolle Leute am Arbeiten. Die Hauptaufgaben des Logistikerfachs Richtung Verkehr sind ein Zug zu zerlenken, zu formieren und ihn für die Reise vorbereiten. Im ersten Lehrjahr erhält der Logistiker eine Grundausbildung. Ab dem zweiten Lehrjahr wird die Ausbildung getrennt geführt. Der Logistiker Fach Richtung Verkehr arbeitet hauptsächlich im Rangierdienst. Der Logistiker Fach Richtung Lager erhält eine vertiefte Ausbildung im Bereich Lagerung. Weitere Informationen findest du unter www.lehrebei-ems.ch An кач� мало im Lebensjahr einklar erarbeitet.